Heute zeige ich dir wie du die Zahl 3 richtig schreibst. Natürlich habe ich wieder einen Spruch für dich dabei. Komm wir legen los. Großer Buckel, großer Bauch, ja die 3 geht auch. Wichtig, wir fangen wieder hier auf dieser Seite an. Dann machen wir einen großen Bogen und gehen den gleichen Bogen hier wieder zurück bis zum Ende. Bitte pass auf, dass du hier keine Schleife machst oder eine Achterbahn. Und pass auf, dass die hier auf der gleichen Höhe sind. Komm, mach mit. Großer Buckel, großer Bauch, ja die 3 geht auch. Jetzt wollen wir es gleich noch ins Kästchen schreiben. Ich zeige dir wie. Großer Buckel, großer Bauch, ja die 3 geht auch. Wir fangen im Kästchen relativ weit oben an. Wieder den ersten Bogen und wieder zurück, dass du wieder hier auf der gleichen Höhe bist. Nutze auch das Kästchen aus, dass die 3 richtig schön groß im Kästchen steht. Komm, wir machen es mal gemeinsam nochmal. Großer Buckel, großer Bauch, ja die 3 geht auch. Super hast du das wieder gemacht. Ganz toll.